Jetzt ist es offiziell, der Bundesverfassungsschutz beobachtet seinen ehemaligen Chef Hans-Georg Maaßen. Und zwar weil … Also okay, hier steht, er hat das Vorgehen der Regierung unverhältnismäßig genannt. Reichsbürger teilten seine Videos auf Facebook. Ein Rechtsextremist hat ihn als strammen Republikaner bezeichnet. Das reicht wohl für eine Beobachtung durch den Geheimdienst in Deutschland. Übrigens, heute war auch Generaldebatte im Bundestag. Da sollte eigentlich über den Haushalt geredet werden, so stand das jedenfalls im Plan. Stattdessen haben Ampel und Union über den Kampf gegen Rechts beraten. Okay, kann man machen, aber irgendwie haben wir doch eigentlich gerade eine Wirtschaftskrise. Egal, der Politik schwimmen ganz offensichtlich die Fälle davon. Zu diesen beiden Themen habe ich in der Beschreibung hier einen Artikel verlinkt. Und außerdem habe ich hier einen kleinen Sneak Peek, was wir morgen im Tiches Einblick Talk senden. Jetzt ist es offiziell, der Bundesverfassungsschutz beobachtet seinen ehemaligen Chef Hans-Georg Maaßen. Und zwar weil … Also okay, hier steht, er hat das Vorgehen der Regierung unverhältnismäßig genannt. Reichsbürger teilten seine Videos auf Facebook. Ein Rechtsextremist hat ihn als strammen Republikaner bezeichnet. Das reicht wohl für eine Beobachtung durch den Geheimdienst in Deutschland. Übrigens, heute war auch Generaldebatte im Bundestag. Da sollte eigentlich über den Haushalt geredet werden, so stand das jedenfalls im Plan. Stattdessen haben Ampel und Union über den Kampf gegen Rechts beraten. Okay, kann man machen, aber irgendwie haben wir doch eigentlich gerade eine Wirtschaftskrise. Egal, der Politik schwimmen ganz offensichtlich die Fälle davon. Zu diesen beiden Themen habe ich in der Beschreibung hier einen Artikel verlinkt. Und außerdem habe ich hier einen kleinen Sneak Peek, was wir morgen im Tiches Einblick Talk senden.